Sind ungefähr 7% des gesamten Omi-Supplies vielleicht für immer verloren? Dieser Frage gehen wir nach. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Disney Comic NFT Drop an, sowie auch den nächsten Marvel Comic NFT Drop. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und kommen wir zu der Schlagzeile, die wahrscheinlich immer noch auch viele Leute von euch beschäftigt. Und zwar den möglichen Scam oder auch was auch immer auf jeden Fall hier passiert ist bei BitForex. Denn hier ist natürlich auch Omi unmittelbar betroffen. BitForex ist mit einer der einzigen Exchanges, die momentan Omi tatsächlich anbietet. Neben OKEx, AscendEx und zum Beispiel auch noch Bybit. Das sind nur wenige Exchanges, die den Token wirklich anbieten. Und BitForex war auch eine lange Zeit der meiner Meinung nach größte Provider auf jeden Fall, der Omi wirklich angeboten hat und auch schon fast mit am längsten dabei. Und jetzt schon seit zwei Tagen ungefähr ist die Börse anscheinend komplett down. Anscheinend sollen es wohl technische Probleme sein, die da wohl dazu führen, dass die Börse offline genommen wurde. Es ist aber tatsächlich doch irgendwie alles ziemlich, ziemlich komisch. Es wird immer mehr der Verdacht geschöpft, dass es sich hier womöglich auch hier um einen Scam handeln könnte. Und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal die Zahlen, Daten und Fakten an zum Thema. Insgesamt muss man sagen, gab es hier auch einen Tweet zum Beispiel von ZagXBT. Der hat zum Beispiel auch nochmal das Ganze zusammengefasst. Und zwar sollen wohl insgesamt 56 Millionen Dollar an Tokenwert im Prinzip aus der Börse rausgeschickt worden sein. Und es wurden keine offiziellen Announcements bis jetzt oder Statements dazu gegeben. Insgesamt hält nämlich die Börse tatsächlich auch insgesamt 7% vom gesamten Omi-Supply, was schon eine beträchtliche Menge ist. Wir werden uns gleich anschauen, wie viel das wirklich ist. Insgesamt sieht man hier auch einige Transaktionen beispielsweise. Ich habe das Ganze natürlich auch mal jedenfalls bei einer Adresse hier gegengecheckt. Insgesamt 148 ETH wurden hier abgezogen und das hat halt auch einen krassen Wert von ungefähr einer halben Million US-Dollar, was auf jeden Fall schon ziemlich ordentlich ist. Den Rest konnte ich leider hier nicht wirklich nachprüfen oder was hier auch unten teilweise anscheinend auch noch an Transaktionen stattgefunden haben soll. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall besorgniserregend, dass diese Assets, nachdem die Börse offline genommen wurde, hier abgezogen wurden. Und schauen wir uns jetzt mal ganz kurz noch an. Ja, was hat es denn jetzt eigentlich mit dem Supply auf sich? Insgesamt haben wir hier 271 Milliarden Token im Circulation Supply. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Hausnummer und wir schauen uns auf jeden Fall auch nochmal an, wie viel ist denn das jetzt insgesamt, aber auf den gesamten Markt bezogen. Laut dem Vivi-Feed dieser Seite hier soll wohl Bitforex insgesamt 5,1% an Token halten. Insgesamt sind das auf Zahlen gerechnet hier ungefähr 22 Milliarden Token, die hier in Bitforex jedenfalls liegen in der Zeit. Das ist definitiv eine ganz schöne Hausnummer und sollte auch definitiv nicht unterschätzt werden. Dementsprechend hat natürlich auch der Preis selbst reagiert in den letzten Stunden und auch Tagen. Dementsprechend haben wir hier auch einen Abverkauf gesehen und sind derzeit sogar noch tiefer, als ich eigentlich gedacht hätte. Die eigentliche Prognose von mir war ja, dass wir hier entweder uns fangen oder doch nochmal weiter nach unten gehen. Hier konnten wir uns tatsächlich nicht fangen. Nun besteht nochmal dieser Support hier und dieser war auch in Vergangenheit doch nochmal ziemlich wichtig. Von daher wäre es auf jeden Fall auch äußerst wichtig, dass dieser Support hier gehalten wird. Und eventuell bekommen wir ja sogar neue positive Nachrichten zum Thema Bitforex. Und eventuell, wir hatten es auch in den letzten Videos immer mal wieder besprochen, wäre natürlich hier ein Bitgeld-Listing derzeit mehr als gut. Denn natürlich würde das auch dafür sorgen, dass wir eine weitere Börse bekommen, nachdem Bitforex jetzt ausgefallen ist, wo man den Tokener traden kann. Weil Bitforex, wie gesagt, eine sehr wichtige Exchange für den Token war. Und dementsprechend jetzt natürlich momentan wegfällt. Ob das Ganze nur temporär ist oder auch auf langfristige Sicht, das wissen wir natürlich nicht. Insgesamt muss man sagen, es ist sehr spannend zu beobachten, was jetzt auf jeden Fall passiert. Sollte das Ganze ein Scam sein, dann könnte das tatsächlich auch dazu führen, dass hier die Börse einen längeren Prozess rechtlich auf jeden Fall durchgehen muss, bevor eventuell auch diese Omi-Token wieder geanlockt werden. Was natürlich im ersten Fall für viele Leute, die die Token immer noch auf der Börse halten, sehr, sehr negativ ist, weil sie nicht an die Token drankommen, ist auf der anderen Seite aber auch wiederum was Positives, da diese Token dann für einen bestimmten Zeitraum gelockt sind und aus dem Circulation Supply gelangen. Und 22 Milliarden auf 270 Milliarden Token, die insgesamt im Umlauf sind, ist das doch dann schon auf jeden Fall ein ordentlicher Einfluss und könnte dementsprechend auch natürlich auf den Preis einen gewissen Einfluss haben. Und für die Leute, die sich vielleicht auch schon die Frage gestellt haben, hey, wurden denn eigentlich Omi-Token aus Bitforex abgezogen? Stand jetzt sollen wohl bis jetzt keine Omi-Token abgezogen worden sein aus der Wallet und dementsprechend auf jeden Fall für alle Omi-Holder erstmal ein positives Zeichen. Nichtsdestotrotz könnten diese Token auf jeden Fall auch für längere Zeit, wie schon erwähnt, gelockt sein und das könnte natürlich für den einen oder anderen hier tatsächlich ein wenig zum Verhängnis werden, wenn er diese Token gerne verkaufen wollen würde. Nichtsdestotrotz, Omi hat dazu auch schon ein Statement gemacht und hoffen auf jeden Fall hier auch Verständnis dafür zu geben. Sie können meiner Meinung nach an dieser Stelle wahrscheinlich ziemlich wenig dafür, dass hier tatsächlich die Exchange jetzt irgendwie was auch immer gemacht hat. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß momentan nicht, ob das tatsächlich hier wiederkommen wird mit Bitforex oder nicht. Ich bin momentan erstmal am Abwarten und werde euch natürlich da draußen, sobald es hier irgendwelche News oder auch Anzeichen zu Bitforex gibt, natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen auf jeden Fall unbedingt den Channel abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst du das Video definitiv nicht, falls es irgendwelche News dazu geben sollte. Kommen wir nun nach diesem wirklich nicht so schönen Thema zu etwas Schönerem und zwar dem nächsten Disney Comic Drop und zwar nämlich Onkel Scrooge My First Million und hier werden wir diesen Drop hier am 28. Februar um 17 Uhr deutscher Zeit sehen, das heißt am Mittwoch und wir werden hier auf jeden Fall wie immer fünf Cover sehen. Ja, meiner Meinung nach sind die Cover wie immer ziemlich cool, aber ansonsten tatsächlich eher wirklich was für auf jeden Fall Disney Comic Fans beziehungsweise Donald Duck Fans. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall auch einen Listenpreis von 7 Dollar, eine Editionzahl von 5000 Stück und das Ganze wird natürlich hier auch wie immer mit MCP Priority Billing funktionieren. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall hier mindestens 5000 Punkte setzen, um das auf jeden Fall zu bekommen. Ich gehe davon aber nicht aus, dass das nötig ist, da das Comic oder auch die letzten Comics hier nicht außergewöhnlich performt haben und dementsprechend das wahrscheinlich auch sehr einfach zu kaufen sein wird für denjenigen, der es wirklich haben möchte. Kommen wir zum nächsten Marvel Comic Drop und das wird hier mit der First Appearance of Claw Black Panther Explains Wakanda Unique History to the Fantastic Four. Das Ganze wird Fantastic Four Hashtag 53 sein aus dem Jahr 1961 und das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Ich finde auf jeden Fall, die kommen hier auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Das Ganze wird natürlich wieder immer exklusive Rare wie auch Ultra Recover haben und auch die Preise auf GoCollect sind jetzt nicht allzu schlecht, muss man sagen. Jedenfalls für eine 9.6 und eine 9.8. Hier haben wir Preise von über 1000 Dollar beziehungsweise 12.000 für die 9.8 und 9.6 mit 1.950 Dollar. Man sieht aber hier auch schon, wir haben hier einen ordentlichen Preissprung nach unten von 12.000 plötzlich 9 auf 2.000 und etwa. Das ist natürlich schon ganz schön viel und wenn man auch weiter runter scrollt, auch schon eine 8.0 bekommt man hier für 270 Dollar. Also wir reden hier auf jeden Fall nicht von einem äußerst außergewöhnlichen Comic, was hier sehr, sehr viel wert ist. Kommen wir nun noch zu einer Videoempfehlung und zwar hat es nämlich der Vibesman wieder gemacht. Er hat zu OXER, dem Frankreich Event, ein Video erstellt. Ich bitte euch, euch das einmal anzuschauen. Das ist wirklich eine fantastische Arbeit und ich bin natürlich, so wie auch viele andere Leute, auf jeden Fall ein Part davon. Schaut es euch sehr gerne an und macht euch ein eigenes Bild, wie solche Sachen oder auch Events ablaufen, um vielleicht das nächste Mal auch dabei zu sein. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.